Du musst die Führung übernehmen. Du musst die Führung übernehmen. Sterbegeldversicherung, Unfallversicherung, Nachweise vorlegen. Was hast du vorzuweisen? Examen, Qualifikation, Abschlüsse? Wenn du dir irgendwas anschaffen willst, Kleidung oder so, du musst immer Monate im Voraus überlegen, wo du beim Leben sparen kannst. Nicht in diesem scheiß Rolli gefesselt zu sein? Arbeiten zu können, meinen Lebensunterhalt verdienen zu können, nicht mit 700 Euro Frührente auskommen zu müssen? Ich will nicht kochen! Ein Gott, ist das spannend. Ich schiff mir gleich auf die Schuhe. Wer bekommt den einen, den einzigen Job? Und wer nicht? Mensch, was ich doch immer wähle, Arbeit ist das Sauberwort. Arbeit ist das Glück, das Seelen, Arbeit ist das Frieden. Die von deinem Brüten schlagen, 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 deine Bühne, die Erden, den Strom, dein Herz von Gott, Gott. Die von deinem Brüten schlagen, spinnen wie scatterelyροert, stattstir, schlagen, sterren, schlagen, 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 und schlagen. Vielen Dank.